Jetzt habe ich gerade einen Elster gehört. Darum müssen wir ihn aufnehmen. Das sind zwei Tauben. Ich habe das Gefühl, hier hinten ist noch eine Taube geflogen. Aber die Elster, das war ein riesiger Zufall, dass ich sie letztlich hier aufnehmen konnte. Jetzt habe ich gerade noch mal ein Video gemacht, aber das ist jetzt halt ohne. Dann sehen wir einfach nichts drauf. Das ist immer runter. Jetzt ist es irgendwie am 31.10.2022.